muss ja auch mal sein ja natürlich Munition geht jetzt alle wie sieht's denn mit unserem Rohöl aus so es ist sinkend und jetzt ziehen wir mal ein bisschen was ich hoffe der kann auf Bodendinger schießen dann mache ich hier mal alles platt sie haben offenbar eine Fehlfunktion oh danke das weiß ich aber schon lange dass ich eine Fehlfunktion habe aber um die bin ich froh um die Fehlfunktion hier ist aber gut was los 1,2,3,4,5,6 Stück haben wir von den Teilen ich hoffe dass ich hier jetzt bald mal den Virus hier durchbringe so ist jetzt endlich mal die Drohne hier fertig Achtung Produktionsstillstand nein Null Tonnen Kerosin befinden sich im Lager ist ja doof Fahrzeug fertiggestellt so na ne jetzt verklick ich mich natürlich ist ja klar so jetzt hoffe ich dass du hier ein bisschen was Damage machst dass ich hier mal ein bisschen freie Bahn hab registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge was schießt jetzt auf mich ach nö alles will mich hier zerstören na gut so ein Geschwader von den Teilen würde glaube ich Wunder bewirken jetzt komme ich hier nochmal mit dem Schiff hier nach natürlich verdrück ich mich dann gleich nochmal im Eifer des Gefechts rechts kommt Leute wäre schon mal ein großer Schritt hier yes komm schieß drauf das könnte was werden das könnte was werden ja ist ja jetzt mal Wurst Fahrzeug im Kampf zerstört Fahrzeug durch feindlichen Beschuss vernichtet so ist ja Wurst jetzt habe ich hier schon mal zwei Türme zerlegt also die Taktik haut schon mal schön hin so da muss ich nur noch schauen dass ich hier jetzt produziere ich noch zwei von denen und jetzt muss ich mal gucken dass ich hier meine Produktion für Dingens mal hinbringe für Munitione wo ist denn hier die Munitionsproduktion könnte ich auch produzieren ja zu wenig Baumaterial ist klar ich finde gerade die Munition nicht Echos ach hier da ist er so ich hoffe hier geht es jetzt wieder voran Fahrzeug fertiggestellt perfekt dann produziere ich gleich nochmal so ein Schiff hier wenn ich genug Zeugs beieinander hab Achtung Produktionsstillstand ach wo denn ach so Werkzeuge ja ok mach ich halt mal einen Baustopp hier ist ja Wurst so so bisschen Eisenbrau hier noch ein bisschen Muni Fühl wir ja dann nicht mehr abgehen so was haben wir hier was haben wir hier so wo ist denn hier jetzt Stahl bitte ich sehe das gerade nicht bin ich jetzt echt so blind dass ich hier Stahl nicht sehe ist ja Wurst und mit dir los irgendwas kommt hier mit der Kohleproduktion nicht nach und weiß nicht wieso es läuft auch auf 105 es zieht mir keine Kohle weg oder was fehlt denn Eisenerz hm hab ich in Edward zu wenig Eisenerz äh huch was ist denn hier mein Eisenerz ach ist auf null ja cool hier Kohle Mine jetzt muss ich hier mal direkt noch eine Eisenmine hier hin pflanzen so so dann wird das hoffentlich mal was hier kann ich vielleicht nochmal so einen Flieger haben nö noch nicht so 32 Carbon haben wir auch schon wieder hm das gibt es ja nicht da ist mein Stahl komm jetzt will ich hier mal Ergebnisse sehen oder wo geht hier mein ganzes Stahl hin ach hier zum Beispiel ist ja toll noch irgendwas was Stahl braucht dich schraub ich mal ne dich schraub ich nicht zurück bin ich blöd hm die brauchen ja keinen permanenten Eisenzufluss ich weiß echt nicht wo mein Eisen hingeht ich glaube meine Hightech Leute fressen das auf und so ah es steigt Achtung Produktionsstillstand wo denn schon wieder ja dann schiebe ich dich halt auf Pause du machst hier die Zellen so produziert ihr hier mal nix hier geht es mit der Bevölkerung ja Getränke schwächeln ein bisschen vor sich hin und euch baue ich jetzt mal so einen Informationsturm vielleicht geht es euch dann besser äh Text die hier so äh huch Energieversorgung mangelhaft ach verarsch mich so ich so habe ich zu wenig Strom verstehe ich nicht gut das kann ich eh abreißen das war mal für die Katz so 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 hilft ja nicht und jetzt habe ich hier auch den Strom und geht es meinen Leuten besser meine Forschung steht kurz vor dem Durchbruch endlich ah perfekt da steigt doch das Geld gleich wieder äh haben wir eh schon wieder 19.000 Credits immer schön zu sehen so und wie sieht es hier jetzt mit ah wo ist denn jetzt das Eisen schon wieder hingekommen ich glaube die ganze Munitionsproduktion schnappt sich das weg ah nicht feierlich da fehlen schon wieder Eisen wo Eisen steigt das sehe ich gern ich glaube ich verpflaster hier mal Schnellstraßen vielleicht ist das ein bisschen besser hier wie läuft es denn hier auch mit 105% so ähm Eisenbohrmeißel stößt in tiefere Geschichte vor erschließt Rohstoffvorkommen auf eine einer ihrer Inseln Kohle Basalt gibt es hier nichts mit Kupfer Uran erschließt Rohstoffvorkommen auf einer ihrer Inseln Rohstoff Uranvorkommen ok ich will hier keine Atomwärme bauen Leute das wäre ein bisschen arg gefährlich meines erachtens Meines Erachtens ... ...